Willkommen zum Interview mit Rechtsanwältin Michaela Krömer. Hallo Frau Krömer. Grüß Gott. Frau Krömer ist Rechtsanwältin bei der Rechtsanwaltskanzlei Krömer mit Sitz in St. Pölten. Sie hat an der Universität Wien, an der Universität Nottingham in England sowie an der Harvard Universität studiert und unterstützt die Kanzlei seit 2015. Sie ist außerdem Wirtschaftsmediatorin und als Lektorin an der Universität Wien sowie bei zahlreichen internationalen Organisationen im In- und Ausland tätig. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin theoretisch Physiker und engagiere mich bei Scientists for Future Österreich und ich hoffe, Frau Krömer, Sie verzeihen mir, wenn ich mit dem rechtswissenschaftlichen Vokabular nicht ganz mit mich so gut auskenne. Ich hoffe, Sie verzeihen mir umgekehrt, wenn ich mich nicht mit wissenschaftlichen Fachtermen auskenne. Das ist gar kein Problem. Dafür sind wir da. Das Thema Klimaschutz ist aktuell ja in aller Munde und die Ziele der EU und in Österreich zur Treibhausgas-Katuzin sind ja schon mal vielversprechend. Aber konkrete Schritte zur Umsetzung fehlen scheinbar noch und da hoffen wir vielleicht, dass sich da vielleicht was rechtlich lösen kann. Mit dem Hintergrund habe ich heute Frau Krömer eingeladen und sie arbeitet nämlich aktuell an einer Klimaklage für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Frau Krömer, können Sie kurz zusammenfassen, worum es in der Klage geht? Also es geht in der Klage um zwei wesentliche Systemänderungen im Rechtssystem. Das eine ist, das ist vielleicht ein bisschen juristisch-technischer, die Frage, eine Möglichkeit sich zu beschweren, wenn Klimapolitik nicht ausreicht. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, vor ein Gericht zu gehen, wenn es kein gutes Klimaschutzgesetz gibt, wenn die Klimaziele zu niedrig sind, um einfach mal gehört zu werden. Und der zweite Punkt ist inhaltlich und da geht es darum, was muss der Staat machen? Und da geht es um das Argument, dass ich und auch andere Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls eine Beschwerde beim EGMR eingebracht haben, also beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Staaten verpflichtet sind, aufgrund der Grund- und Menschenrechte Maßnahmen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also da geht es dann konkret um die Klima und Klimaschutz selbst. Also das eine ist Zugang zu Gericht, das Recht haben, meine Rechte einzufordern und das zweite ist überhaupt ein Recht auf einen adäquaten Klimaschutz zu haben. Der Beschwerdeführer ist eine besonders betroffene Person und das macht rechtlich am meisten Sinn. Die Juristen sind auf eine sehr eigenartige Art und Weise, meinen manche Menschen, sehr konkret. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beschäftigt sich konkret mit Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, man muss nachweisen können, dass eine Person schon heute real von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen ist. Es passt nicht zu dem Gerichtshof und es passt nicht zu dem System, das jetzt ganz Österreich eine Beschwerde macht und sagt, über kurz oder lang sind wir alle betroffen. Das mag faktisch sehr richtig sein, ist rechtlich schon sehr weit gegriffen und wird für die ersten Beschwerden wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Und der Beschwerdeführer, den ich vertrete, der hat ein trauriges Schicksal, der ist an Multiple Sklerose erkrankt und wie 60 bis 80 Prozent der Personen, die diese Krankheit haben, wird seine Krankheit durch die Hitze schlimmer. Also wir verklagen hier nicht die Tatsache, dass er eine Krankheit hat, sondern die Tatsache, dass seine Krankheit zunehmend schlimmer wird, weil es wärmer wird. Was heißt das bei ihm konkret? Wenn es um die 25 Grad hat, kann er nicht mehr selbstständig gehen. Also er muss sich in den Rollstuhl setzen. Es geht auch mit den Krücken nicht mehr besonders gut. Er hat mir erklärt, er hat das ein paar Mal probiert und dann haben irgendwie alle geglaubt, er ist soffen. Also es haut in jedem Moment um. Und wenn es um die 30 Grad ist, lässt seine Muskelkraft in dem Ausmaß nach, dass er diesen Rollstuhl nicht mehr selbstständig anschieben kann. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass entweder er einen vollbehinderten Status bei Hitzeperioden hat oder sich daheim einsperren muss, damit er seine Bewegungsfreiheit erhalten kann. Und das ist ein massiver Eingriff in sein Familien- und Privatleben. Und dieses Familien- und Privatleben, also meine engste Sphäre, in der ich mich bewege, die schützt auch mein Recht auf eine Gesundheit, auf ein allgemeines Wohlbefinden. Also die sollen mich schützen, dass ich mich so gut wie möglich in meiner Privatsphäre mein Leben leben kann. Und das ist bei ihm halt massiv beeinträchtigt. Und zeigt auch, dass eben bereits vulnerable Personen von der Klimakrise, wie bei jeder anderen Krise, die sind die meistens am stärksten getroffen werden. Und dass wir aber auch auf diese Personen als Heldinnen angewiesen sind, dass sie für uns alle mehr Schutz einfordern, denn über kurz oder lang wird uns diese Klimakrise alle treffen. Also das würde ich auch von Wissenschaftlerinnen wie Ihnen ablesen, dass wir da eigentlich auf etwas sehr massives gerade zu fahren, nämlich Vollgas. Und dass es höchste Zeit ist, hier eine Kehrtwende einzuschlagen. Da brauchen wir aber rechtlich gesehen im Moment für die ersten Fälle besonders Menschen, die sagen, ja, mir geht es heute schon an den Kragen. Und da bin ich dem Beschwerdeführer sehr dankbar, dass er sich da dafür hergibt und er so seine Geschichte uns allen zur Verfügung stellt, weil letztlich, wenn er mehr Klimaschutz bekommt und er mehr Rechte bekommt, bekommen wir das alle. Das ist das Schöne beim Spielrecht, wenn man so will, dass es einfach wirklich nur eine Person braucht, um ein Game Changer zu sein. Das heißt, wer wird jetzt eigentlich eingeklagt? Das klingt jetzt ein bisschen eigentlich allgemeiner und für die Europäische Union gültig? Nein, es geht gegen Österreich. Also es geht darum, diese Person hatte in Österreich versucht, mehr Klimaschutz einzufordern und ist gescheitert. Gescheitert daran, dass es keinen Zugang zum Gericht gab. Also dass der Verfassungsgericht so gesagt hat, dafür bin ich jetzt nicht zuständig. Und er geht jetzt eben einen Schritt weiter und sagt einerseits, ich habe das Recht, mich zu beschweren, weil ich kann schon nachweisen, plausibel nachweisen, dass es hier eine Betroffenheit gibt. Also das ist nicht bei den Haaren herbeigezogen und deswegen muss ich von einer Behörde, die Entscheidungsmacht hat oder von einem Gericht gehört werden und muss sich jemanden mal inhaltlich anschauen. Und das Zweite ist, dass er eben, wie ich gesagt habe, schon jetzt eine Auswirkung spürt in seinem allgemeinen Wohlbefinden, in seiner Gesundheit und deswegen der Staat ihm gegenüber verpflichtet ist, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen. Es ist jetzt halt immer die Frage, wie viel ist der Staat verpflichtet zu tun? Das ist ja nur im Fall von Österreich eine wunderschön einfache Sache, weil wir de facto kaum irgendetwas machen. Das heißt, wir haben jetzt nicht die komplexe Situation, dass wir uns überlegen, müssen, ist die Schülerin jetzt bei 1 minus oder 2 plus, sondern ich würde Ihnen eher, wie soll ich sagen, es ist ein glatter Fetzen, wenn man das jetzt so sagen möchte. Aber die Frage ist, was der Staat verpflichtet ist zu tun und das muss natürlich geklärt werden. Es ist immer so, wenn der Staat von einer Gefahr weiß oder einem Auswirkung weiß, die selbst auch anerkannt hat, was bei der Klimakrise der Fall ist, dann ist er verpflichtet, das zu tun, was möglich und notwendig ist. Und so eine Art Due Diligence, also eine Prüfung an den Tag zu legen, zu sagen, was kann ich machen, was ist jetzt auch im Interesse von allen anderen und da entsprechende Schritte zu setzen. Und wenn das offenkundig nicht der Fall ist, also wenn man hier viel zu wenig macht, dann würde der Gerichtshof eingreifen. Das macht natürlich auch Sinn im Zusammenhang mit der Rolle von Gerichten und der Rolle von Politik, also der Gewaltenteilung. Gerichte schreiten ja nur dann ein, wenn wirklich Rechte verletzt sind. Sie können ja den Staaten und der Politik nicht diktieren, was im Einzelnen zu tun ist. Aber hier geht es eben um diese Grenzen und die Grenze, die wir hier haben, ist das 1,5 Grad Ziel. Und da gibt es eben sehr viel Wissenschaft und auf die bin ich angewiesen, die sagen, also im Moment ist diese Klimapolitik nicht im Einklang mit dem 1,5 Grad Ziel und das dürfte, ich hoffe, das ist ein richtiges Verständnis, offenkundig so sein. Also wissenschaftlich unumstritten, dass wir hier nicht bei einem 1,5 Grad Ziel sind. Es wäre für mich natürlich rechtlich viel schwieriger, wenn das wissenschaftlich umstritten ist. Weil dann kann der Staat natürlich auch sagen, die Wissenschaft, die Expertinnen sind sich hier nicht einig, ob ich eh genug mache oder nicht. Aber das ist nicht die Situation, die wir in Österreich haben und das ist auch nicht die Situation leider in vielen anderen Ländern. Das heißt, die wissenschaftlichen Fakten, also Sie haben ja ein bisschen mit Science for Future zusammengearbeitet, soweit ich das mitbekommen habe. Die großartige Unterstützung. Also ohne Science for Future wäre das nicht so gut gegangen. Das möchte ich schon an dieser Stelle betonen. Also das war wirklich, wirklich wertvoller Input. Dankeschön. Ja, also entsprechend, wie gehen die Fakten dann in diese Klage mit ein? Muss man da dann das große, wie kann ich mir das vorstellen? Muss man da irgendwie noch ein Statement dazu schreiben, die Wissenschaftler sagen oder wie funktioniert das? Also wir haben es in dem Fall ganz, also versucht so detailliert wie möglich zu machen, dass es im rechtlichen Rahmen okay ist und auch noch wissenschaftlich solide. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, es gibt genug Aufzeichnungen über warme und heiße Tage in den letzten 40 Jahren. Mein Beschwerdeführer, mein Mandant ist 40 Jahre alt. Also in seinem Lebenszeitraum gibt es sehr gute Aufzeichnungen, auch von seiner Region. Also nicht nur in Österreich, sondern wirklich sehr konkret in seinem Umfeld. Er lebt jetzt dort, wo er aufgewachsen ist. Das ist recht praktisch. Und dann kann man eben sehen, dass die Tage, an denen es mehr, also an denen es 25 Grad erreicht wurde, beziehungsweise 30 oder plus, zunehmen. Das heißt, wenn wir wissen, dass diese zwei Benchmarks bei ihm entscheidend sind, kann man mal sagen, hier ist ein gewisser Einfluss da. Wir haben dann mit Wissenschaftlerinnen einen Uthoff-Imperment-Faktor entwickelt. Uthoff ist dieses Krankheitsphänomen, um eben darzulegen, dass das natürlich graduell ist. Das heißt, an Tagen, wo es 30 Grad hat, hat es natürlich auch mehr Stunden von 25 Grad. Das heißt, generell die Zeitdauer, wo irgendeine Beeinträchtigung vorhanden ist, nimmt zu. Und da haben wir wirklich einen kleinen Expert-Report, wo man das mit Grafiken verfolgen kann, wie das einfach zunimmt. Und dann, und das ist bei jeder Klimaklage eigentlich der Fall, oder so gut wie jeder wird dann schon nochmal ganz stark auf wissenschaftliche Berichte von der IPCC oder APCC oder wer auch immer, nochmal verwiesen, die ja auch sehr genau darlegen, wie Dinge zunehmen, die auch darlegen, was passiert, wenn nicht gehandelt wird. Weil das ist natürlich das, was für die Juristinnen interessant ist. Macht es überhaupt noch einen Unterschied? Weil wenn wir jetzt bei einem Punkt sind, wo man sagen kann, es ist eh nichts mehr zum Holen, ist die Frage, ob der Staat noch rechtlich eine Verpflichtung hat, wenn es eh schon egal ist. Also das sind Fragen. Das heißt, man muss hier schon noch auflegen, dieses Was-wäre-wenn-Szenario. Und da gibt es ja auch wunderbare Studien. Also ich muss sagen, ich war unglaublich überrascht, wie detailliert das schon vorhanden ist. Also wie viele Daten schon zur Verfügung stehen, um zu sagen, wenn wir das und das machen, dann geht das zumindest runter. Oder dann gibt es da eine Veränderung, beziehungsweise lässt sich noch viel, viel Schlimmeres vermeiden. Also man muss da schon sehr konkret sein. Also einfach nur zu sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist in einem Report von der IPCC als das Ziel anerkannt worden und fertig. Und irgendjemand sagt, ja Österreich, das passt nicht, das wird nicht ausreichen. Das wird sehr genau geprüft. Und jetzt haben wir beim EGMR ja nur mal eine Beschwerde eingebracht, wo es um die Frage geht, ist der Gerichtshof zuständig, ja oder nein? Das heißt, es ist immer der erste Schritt bei einem Gericht, überlegt sich, muss ich jetzt arbeiten, ist das mein Aufgabenbereich oder ist nicht wer anderer dafür zuständig? Und wenn der Gerichtshof das bejaht, dann gehe ich schon davon aus, dass es noch einmal sehr detaillierte Diskussionen über die wissenschaftlichen Pakten geben wird. Also wir haben sehr, sehr viel vorgelegt, damit wir auch gut vorbereitet sind, damit das auch gleich mal einen soliden Hand und Fuß hat. Aber es kann natürlich sein, dass man sich hier dann noch einmal sehr groß im Detail über manches unterhalten wird. Das kann ich nur im Moment schwer sagen, wie viel den Gerichten da ausreicht. Es war ehrlich gesagt für mich der spannendste und aber auch der schwierigste Teil der Beschwerde. Also wie kann ich das detailliert und konkret genug festmachen? Und da war ich eben auch auf Wissenschaftlerinnen wie Sie angewiesen, die mir sagen, ja so kannst du das sagen, so stimmt das und so stimmt es eben nicht. Und da wird nicht gepfuscht. Also das würde auch nicht durchgehen. Also ich meine, die Gerichte sind bei all den Dingen ja immer sehr genau und holen sich halt zum Sachverständigen. Also der Gerichtshof wird sich seine Expertinnen holen, die sich das anschauen und sagen, naja, das ist solide Wissenschaft oder das ist ein Pfusch. Genau, also wäre auch die Frage dann, wie Science for Future dann noch weitere Klimaklagen oder sowas unterstützen könnte. Aus Ihrer Sicht, gibt es da noch mehr Möglichkeiten? Also es gibt jetzt vor allen Dingen ja die ganzen oder jetzt aus Deutschland haben wir zum Beispiel dieses eine Ergebnis jetzt in den letzten Tagen gesehen oder international bewegt sich auch einiges und es gab schon einige Klimaklagen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren. Was haben die vielleicht anders gemacht oder was gibt es jetzt an neuen Möglichkeiten, die jetzt aktuell sind? Also das erste Problem, was man so pauschal erkennen kann, ist, dass viele Klagen und Beschwerden daran scheitern, weil sie den Zugang zum Gericht nicht haben. Also das Rechtssystem und das Problem zu sagen, ich habe in dem Rechtssystem eine Möglichkeit, mich hier zu beschweren. Das ist sehr oft der Fall. Nur als Beispiel, in Deutschland hat man in der sehr wirklich spannenden Entscheidung, die auch für NichtjuristInnen aus meiner Sicht sehr lesenswert ist, hat der Bundesverfassungsgerichtshof gesagt, die Klimaziele, wie sie im Klimaschutzgesetz drinnen stehen, verletzen Grund- und Menschenrechte vorhersehbar in der Zukunft. Was man gemacht hat, vereinfacht gesagt, ist, man ist zum Gerichtshof gegangen, gesagt, dieses Recht verletzt uns in unseren Grund- und Menschenrechten. Das kann ich in Österreich in der Form zum Beispiel gar nicht machen. Das System gibt mir nur die Möglichkeit, zum Gerichtshof zu gehen und zu sagen, ein Recht verletzt mich, wenn dieses Recht an mich adressiert ist. Das heißt, wenn da quasi drinnen steht, wie bei einem Kuvert, das ist an mich gerichtet. Wenn das nicht an mich gerichtet ist, kann ich in dem System mich nicht wehren, auch wenn es mich vielleicht faktisch in meinen Grund- und Menschenrechten verletzt. Das ist einfach ein anderes System. Und je nach System kann ich halt, habe ich ein Recht gehört zu werden oder nicht? Und sehr oft sieht man das bei Verfahren, das war ja auch bei diesem Schweizer Verfahren, das jetzt eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, dass man ja auch gesagt hat, wir sind da eigentlich nicht zuständig dafür oder so geht das nicht. In unserer Struktur, in unserem System. Also es ist die Klimakrise, ist eine Systemkrise oder stellt viele Fragen an viele Systeme und eben auch an das Rechtssystem. Weil wir hier zum ersten Mal, ich würde sagen zum ersten Mal, ich bin keine Historikerin, das Phänomen haben, dass ein globales Problem so konkret und real so viele Personen betrifft. Und dass es hier eine globale Verantwortung gibt. Und das ist natürlich rechtlich sehr schwer zu fassen in nationalen Systemen, die darauf ausgerichtet sind, nationale Probleme zu lösen. Und wie kann ich das einfangen? Und Systeme, die ein bisschen größer angelegt sind, wo man eben generelle Schutzpflichten hat oder wo man eben sagen kann, grundsätzlich, wenn ein Gesetz Grundrechte verletzt, kann ich da schon mal zum Gericht gehen, tue ich mir natürlich leichter. Aber es ist immer natürlich auch ein Wollen der Gerichte. Also es ist jedes Mal, es ist eine Rechtsentwicklung, die hier stattfindet. Und da gibt es Gerichte, die sind mutiger oder weniger mutig. Was sehr spannend ist, ist, dass ja der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof nicht dafür bekannt ist, übertrieben liberal zu sein. Also das finde ich das Wunderbare, dass ich mir denke, ja, das ist ein sehr ernstzunehmender, sehr konservativ denkender Gerichtshof, der hier eine unglaublich mutige Entscheidung getroffen hat. Rechtlich aus meiner Sicht super durchargumentiert und korrekt. Aber das System muss einem die Möglichkeit bieten. Und daran scheitern einmal viele. Es gibt dann halt auch Klagen, die zivilrechtlich sind. Das ist ein bisschen ein anderes System. Da klage ich auf einen Schadenersatz. Und da ist die Frage, ob die Schadenersatzstruktur, so wie wir sie denken als Juristinnen, für diese Probleme ausreicht vom Kausalzusammenhang her. Also wahrscheinlich eben nicht. Also die Frage, wie genau der Kausalzusammenhang immer herzustellen ist, ist auch eine Frage von dem Erfolgsgeheimnis von Klimaklagen. Und das ist eben auch die Frage, welches Rechtssystem steht mir zur Verfügung? Welchen Weg beschreite ich? Und gegen wen gehe ich vor? Gehe ich gegen einen Staat oder gegen ein Unternehmen? Jeder Akteur im System hat ja auch andere Verantwortungen. Also das sind sehr viele spannende Fragen. Und ich sage das deswegen dazu, weil das normalen Menschen logischerweise oft nicht bewusst ist, woran scheitert es jetzt? Es scheitert nicht so oft an den inhaltlichen Fragen, sondern wirklich an diesen formalistischen Fragen. Geht das mit dem System, dass der Gerichtshof sich das anschauen kann? Ich vermute aber, je mehr Gerichtshöfe progressiver agieren und auch Systeme ein bisschen dehnen, desto mehr wird diese Entwicklung auch auf andere überschwappen. Also es ist so, dass die deutsche Entscheidung jetzt nicht unmittelbar für Österreich heißt, wir haben da jetzt die Pflichten. Nur natürlich indirekt ist da schon ein großer Druck da, wenn Deutschland sagt, okay, wir müssen uns dazu verpflichten und wir haben das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und das wird sich halt auch auf die Judikatur von internationalen Gerichtshöfen überschwappen. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte orientiert sich bei der Rechtsentwicklung oder wann wie Pflichten auszulegen, sind natürlich auch bis zu einem gewissen Grad daran, was machen europäische nationale Gerichte. Also das hat schon einen Domino-Effekt, aber nicht einen ganz direkten Ad-Hoc, sondern halt im System und in dem Druck, der dadurch entsteht, einerseits auf die Politik und andererseits, weil das halt von Gerichtshöfen mehr und mehr aufgegriffen wird. Und was ändert sich jetzt in Österreich oder würde sich in Österreich ändern, wenn Ihre Klimaklage erfolgreich ist? Klassisch-juristische Antwort, das kommt darauf an. Also es kommt leider wirklich einmal darauf an, wie entschieden wird, weil ich habe ja zwei Punkte, die ich noch einmal gesagt habe. Also das Recht, mein Recht einzufordern und dann eben das Recht auf Klimaschutz. Wenn ich jetzt bei dem Punkt, das Recht, mein Recht einzufordern, gewinne, dann muss ich was im System ändern. Das heißt, wir brauchen mehr Beschwerdemöglichkeiten im Klimaschutzbereich. Und ganz konkret braucht das eben auch mein Mandant, weil noch einmal, das Ganze ist darauf ausgerichtet, dass das jetzt hinsichtlich einer Person geprüft wird, die dann mit ihrem Fall das System für alle verändern kann. Also das ist eine Rechtsänderung. Da müssen Beschwerdemöglichkeiten geschaffen werden. Und das Zweite ist, dass wenn eben gesagt wird, okay, es sind Schutzpflichten, die bestehen und die sind verletzt worden, dann brauchen wir eine Klimapolitik im Einklang mit diesen Schutzpflichten. Und dann ist die Frage, ob der Gerichtshof sagt, wie schauen diese Schutzpflichten aus? Heißt das einfach nur, ihr müsst es mehr machen? Heißt das, ihr müsst es bei 1,5 und oder gut unter 2 Grad oder müsst ihr wirklich das 1,5 Grad Ziel einhalten? Also das ist ja dann irgendwie die Frage, wie konkret das festgelegt wird. Aber dann brauchen wir eben auch ein effektiv, wir brauchen über kurz oder lang ein besseres Klimaschutzgesetz. Also das wird dabei rauskommen. Es geht hier nicht um den Schadenersatz, es geht hier nicht darum, dass eine Person Geld will, sondern es geht darum, dass wir eine bessere Klimaschutzpolitik in Österreich bekommen. Es läuft auf eine Gesetzesänderung raus. Und was ich mir jetzt gerade frage, weil wir in Oberösterreich aktiv sind, auch mit anderen Initiativen in der Klima-Allianz Oberösterreich, wäre das dann auch maß- oder bindend für die Länder? Oder muss man da dann wieder eigentlich eine Klage einreichen? Also das wäre jetzt sozusagen auf Österreich-Ebene, auf Bundesebene? Genau, auf Bundesebene. Also die Republik, die ein föderaler Staat ist. Also insofern schon noch auf die Länder. Dann ist es wieder die Verantwortung, da muss man wieder schauen, welche, was die Länder für Verantwortung haben und wie die sich daran halten müssen. Also das ist so quasi, der Bund muss das dann runtergeben. Also man sieht natürlich, man kann in einem System von einer Gewaltenteilung mit juristischen Entscheidungen sehr viel bewirken, aber natürlich alles hat eine Grenze. Also das ist ein Werkzeug von vielen. Es muss natürlich dann umgesetzt werden, wenn die Politik das nicht umsetzt, ist es immer sehr schwierig. Ich meine, man hat hier einen sehr großen Druck, auch international. Also das wird schon überprüft, ob diese Entscheidungen eingehalten werden oder nicht. Aber wenn sich ein Land natürlich permanent verweigert, ab einem gewissen Punkt, wird es halt schwierig. Darum ist es halt auch so wichtig, dass man über diese Klagen spricht, dass die Zivilgesellschaft darüber informiert ist und weiß, da besteht eine rechtliche Pflicht, etwas zu tun. Wir erleben halt nur leider auch im Moment eine gewisse Demokratiekrise, wo ja zunehmend die Autorität von Gerichtshöfen infrage gestellt wird. Und das ist ja auch ein gewisses Dilemma, das wir haben. Dennoch kann man nicht glauben, dass es jetzt hier die Wunderwaffe ist. Also das ist mir auch wichtig. Das ist ein sehr, sehr gutes Druckmittel, weil eben hier bindend etwas umzusetzen ist. Andererseits braucht es die Politik und es braucht die Zivilgesellschaft, um zu schauen, dass das auch wirklich passiert. Also das ist immer im Zusammenspiel. Weil ich kann das ja nicht zwangsexekutieren in dem Fall. Also das ist ja nicht so wie bei anderen Gerichtsurteilen oder bei einem Strafrecht, wo ich sage, okay, den sperre ich ein und wenn er nicht kommt, dann hole ich ihn. Also so einfach funktioniert das da in dem System leider nicht. Und apropos Zivilgesellschaft, jetzt war da Fridays for Future mit involviert oder zumindest hat entsprechend die Klimaklage beworben. Wie ist das zustande gekommen? Also ich bin den Fridays auch sehr, sehr dankbar, weil ohne die Fridays wäre das sehr schwierig gewesen. Jedes Verfahren muss natürlich finanziert werden. Also das ist ein Wahnsinnsaufwand und das geht leider nicht mehr pro bono. Ich meine, ich glaube grundsätzlich, dass diese Fragen ja auch immer die Frage aufwerfen, welche Arbeit ist wie viel wert und für welche Arbeit soll man eigentlich bezahlt werden oder nicht. Da haben wir auch ein Systemproblem. Faktum ist, so eine Beschwerde schreibe ich nicht in einer Woche und auch nicht in zwei Wochen, sondern das braucht wirklich Monate. Das ist viel Überlegung, viel Überarbeiten, damit das alles wirklich Hand und Fuß hat. Und das gehört finanziert. Und da bin ich den Fridays sehr dankbar, dass sie meine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und eben auch eine Öffentlichkeitsarbeit und wir sehr, sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben, die eben mit kleinen Beiträgen letztlich das ausreichend finanziert haben, dass alle Personen, die da beteiligt waren, einen gewissen Kostenersatz bekommen haben, damit sie es leisten könnten, diese Zeit dazu investieren. Also diese Verfahren, wie gesagt, haben immer auch das Thema der Finanzierung und wie ich auch gesagt habe, es ist eben zusätzlich sehr wichtig, dass die Bevölkerung Bescheid weiß, was da passiert. Je mehr Wissen um einen Fall ist, umso weniger kann ich ihn wegschieben, wenn das Ergebnis für mich unangenehm ist. Allerdings, ja. Ja, ich denke, wir werden das, Fridays und Scientists und alle anderen Initiativen, werden das sicherlich sehr genau verfolgen und hoffen, drücken die Daumen, dass da entsprechend positive Entscheidungen getroffen werden. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend nachverfolgen können, wie die Klimaklage weiter verläuft. Also wie ist der Zeitrahmen aus? Also alle Informationen gibt es auf der Webseite von den Fridays for Future. Die haben eine eigene Webseite für die Klimaklage eingerichtet. Es gibt auch auf meiner Webseite mit meinem Namen immer wieder Updates. Es ist sehr schwer zu sagen, bei den hohen Gerichten, wie der Zeitrahmen aussieht. Die sind dann an keine Fristen gebunden. Der erste Schritt, auf den wir jetzt warten, ist, wir haben, wie die anderen beiden Verfahren, die anhängig sind, also es gibt insgesamt drei Klimaklagen jetzt, Priority Status verlangt, also dass das Verfahren vorrangig und schnell behandelt wird. Die anderen beiden haben das bekommen. Das ist die große Hoffnung, dass wir das auch bekommen. Da würden wir in den nächsten, ich würde sagen, zwei bis drei Monaten eine Rückmeldung bekommen. Das heißt, man schaut sich das dann schneller an, damit das Verfahren auch schneller abgewickelt werden kann. Und dann ist es eben die Frage, wie der Gerichtshof mit diesen drei Verfahren grundsätzlich vorgeht, ob er die getrennt behandelt, ob er die indirekt zu dritt behandelt, ob er die offiziell zu dritt behandelt. Also es geht ja hier um die ersten großen Entscheidungen. Also das ist juristisch schon komplettes Neuland und auch sehr bahnbrechend, was hier entschieden wird. Und ich vermute, dass wenn Priority Status zu erkannt wird, dass wir dann schon noch in der zweiten Hälfte von diesem Jahr inhaltliche Schritte in dem Verfahren haben. Wie schnell das dann dauert und wie schnell das abgewickelt wird, kann ich nicht sagen seriöserweise. Ich würde sagen für den Gerichtshof, aber wenn er das macht, wahrscheinlich sehr flott. Auch mit dem Wissen, dass wir ja jetzt letztlich zehn Jahre Zeit haben, um noch irgendwie die Kurve zu kratzen. und auch irgendwann mal diese Frage faktisch obsolet ist. Also Klimaklagen müssen schnell entschieden werden, weil je länger man braucht, um eine Entscheidung zu treffen, umso mehr wird diese Entscheidung irgendwann mal faktisch irrelevant. Und ich glaube, das ist den Gerichtshöfen und den Akteuren hier sehr wohl bewusst. Insofern würde ich raten, verfolgen Sie es. Wir werden es auf jeden Fall auch medial bekannt geben, wenn es etwas zum Bekanntgeben gibt. Es ist nur wahnsinnig schwer zu sagen, ja, das ist jetzt im Juni oder im Juli oder im August. Das wird sehr spannend. Das ist auch sehr spannend für mich. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, in einfachen Zeit, vielen Dank nochmal für das Interview und für die beantworteten Fragen, für die vielen Einblicke in Ihre Arbeit. Und vielen Dank. Danke für die Fragen. Danke für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Und danke nochmal für die Unterstützung der Scientist für diese Beschwerde. Vielen Dank. Vielen Dank.